Wir haben noch einen Monat, um zu bezahlen. Ja, soll ich etwa das Restaurant zumachen? Bin gleich wieder da. Hätten Sie eine Zigarette für mich? Ich hab Zigarettendrehen leider nie gelernt. Hast du dich hierher verlaufen? Ich wollte gerade wieder gehen. Willst du mal die Sau rauslassen? Bist du auf der Flucht? Ist mir egal, geht mich auch nichts an. Ich hab da ein Problem mit meinem Sohn, wenn du mir mal zwei Sekunden zuhören würdest. Charlie soll in den Ferien zu seinem Großvater. Guten Tag, ich bin Betty, deine Oma. Mama hat gesagt, du sollst hier nicht schnüffeln. Du blamierst mich vor allen Leuten. Du gehst mir nicht mehr lange auf den Geist. Charlie! Wir sind quitt. Ich hatte schon Angst, du wärst entführt worden. Na dann wären wir alle zufrieden. Weißt du was, die könnten nicht alle mal. Deine Mutter ruft an. Wir reden, singen, erzählen uns Witze. Hab dich lieb, Küsschen. Er ist dermaßen anhänglich. Kinder sind was Wunderbares. Bernd mit dir ist. Da war ich mich noch nicht. Er ist sogar clauseid. Ich bin dabei, Küsschen. Sie kamen. Ich bin dabei. Vielen Dank.